Ja, willkommen zur nächsten Folge und Let's Play dran, dann Folge 2. Ja, das sind schon wieder beide Stufe 4. Wo komme ich jetzt? Okay. So, schon. Ja, kann ich jetzt so zu meiner Stelle nochmal. Weiß nicht warum. Weiß nicht warum. So, wir gehen jetzt jetzt in den Anchen. Wir gehen jetzt in den Anchen. Ja. Ja. Ich spreche denn mal gerne eigentlich. So, wir sagen mal, wenn ich heute noch Folge 1 hochmache und morgen ist dann Montag, Dienstag ist Auflösung des Gewinnspiels, was ich euch jetzt hier in dieser Montagsfolge sage. Ich schreibe es auch nochmal in die Beschreibung. Ich schreibe es auch nochmal in die Beschreibung. Ja. Das war lustig. Ich könnte es mir in der Gruppe hochkommen. Ich möchte es so zu mir, wenn ich mich sehe. Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. Good. Bye. 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 Ja, wenn ihr mir sagt, das ist zwar nicht egal, aber das könnten wir eh noch brauchen, wenn wir kämpfen. Ja, wenn wir jetzt auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Und als Folge 10, habe ich auch schon etwas geplant. Ich mache mich jetzt einfach schnell in das Ding zurück. Dadurch, dass ich dann nicht an dem Punkt wieder da bin, sondern im Tor, weil ich ja danach beende, bin ich jetzt bei dem Druck. Ja, also ich würde denken, ich beende jetzt die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen.